Ich bin so aufgeregt, ich saß schon so lange nicht mehr am Steuer. Was, wenn ich das Fahren verlernt habe? Ach Quatsch, ich bin doch für dich da. Machen wir doch eine kurze Wiederholung. Hm, okay, okay. Was musst du beachten, bevor du losfahren kannst, Olivia? Ähm, ich muss mich anschnallen. Das ist der Sicherheitsgurt. So, jetzt bin ich angeschnallt. Sicherheit geht vor. Jetzt muss ich den Spiegel einstellen. Was machst du denn? Das ist doch ein Schminkspiegel. Das ist der Innenspiegel. Ja, ich wollte ihn aber testen. Ich wollte schauen, ob er funktioniert. Also, ob ich nachher den Verkehr beobachten kann. Ja, okay, okay. Ich stelle ihn nochmal ein. Jetzt kann ich wunderbar den Busch hinter uns sehen. Und nachher, wenn wir auf der Straße fahren, könnte ich sehr gut die Autos hinter uns sehen. Hm, die Außenspiegel muss ich auch einstellen. Ach, ich muss aussteigen. Olivia, warum steigst du denn aus? Um die Außenspiegel einzustellen, musst du bloß an einem Rädchen drehen. Das befindet sich im Auto. Du musst doch nicht aussteigen. Ach, wie praktisch. Wieso hast du es nicht früher gesagt? Na ja, egal. Jetzt sind sie aber eingestellt. Oh, den Sitz muss ich noch einstellen. Er ist zu weit hinten und ich komme nicht an die Pedale. So, jetzt komme ich sehr gut an die Pedale. Das Lenkrad muss ich aber nicht einstellen. Es ist perfekt so, wie es ist. Aber wenn es nötig wäre, könnte ich es einstellen. Ich könnte es hoch schieben, aber auch runter schieben. Ich könnte es auch zu mir ziehen. Super, dann bist du jetzt schon sehr gut vorbereitet. Hast du die benötigten Dokumente dabei? Die Dokumente? Hm, natürlich. Hier ist der Führerschein. Und hier die Zulassungsbescheinigung. Auch Fahrzeugschein genannt. Jetzt können wir aber losfahren. Ah, Moment. Du musst dich noch anschnallen. Ich möchte wegen dir keine Probleme haben. Gut beobachtet. Ich schnalle mich jetzt dann auch an. Jetzt bin ich auch angeschnallt. Hast du den Autoschlüssel gesehen? Wo ist der denn? Ah, er steckt schon. Der Autoschlüssel steckt schon. Aber jetzt können wir losfahren. Warum bewegt sich das Auto nicht? Die Handbremse. Ach, die Handbremse. Jetzt habe ich die Handbremse gelöst. Dann fahren wir jetzt mal los. Ach, verdammt. Jetzt habe ich den Motor abgewürgt. Warum denn? Olivia, das ist der dritte Gang, nicht der erste. Ups, du hast recht. Das ist der dritte Gang. Ich schalte jetzt in den ersten Gang. Jetzt müsste es aber funktionieren. Ach nein, schon wieder. Jetzt habe ich den Motor schon wieder abgewürgt. Warum jetzt denn? Olivia, du hast da unten drei Pedale. Eines davon ist die Kupplung. Du musst erst auf die Kupplung treten. Das hast du ja schon gemacht. Aber dann musst du sie langsam kommen lassen. Nicht auf einmal. Du musst den Schleifpunkt spüren. Und dann erst kannst du ganz langsam auf das Gaspedal treten. Mit ganz viel Gefühl.